Es wird viel diskutiert. Über Mobilität und den globalen Klimawandel. Und viele reden mit. Dabei ist auch die Autoindustrie in die Kritik geraten. Fakt ist aber, Hauptursache der globalen Erderwärmung ist nicht das Automobil. Denn nur 12 Prozent beträgt sein Anteil am gesamten CO2-Ausstoß in Europa. Dennoch, die Autoindustrie und die Zulieferer nehmen ihre Verantwortung sehr ernst. So ist der CO2-Ausstoß von neuen Fahrzeugen in Deutschland im Schnitt um 25 Prozent niedriger als noch vor zehn Jahren. Für fast alle Fahrzeughersteller weltweit ist Eldring Klinger als Technologieführer und Erstausrüster der gefragte Entwicklungspartner. Das gemeinsame Ziel heißt, umweltgerechte und nachhaltige Mobilität für die Zukunft. Dafür entwickelt, produziert und liefert Eldring Klinger effiziente und wegweisende Technologien. Zylinderkopf und Spezialdichtungen, Kunststoffgehäusemodule und Abschirmsysteme für Motor, Getriebe und Abgasstrang. Sie sind in Millionen Fahrzeugen weltweit im Einsatz. Unsere Entwicklungen tragen dazu bei, Emissionen nachhaltig zu verringern. Denn Eldring Klinger ermöglicht diese Entwicklung durch System-Know-how und innovative Spezialdichtungen. Der Anteil biologischer und synthetischer Kraftstoffe wird wachsen. Das stellt hohe Anforderungen an die Dichtungstechnologie zukünftiger Motoren. Eine schöne Aufgabe für uns. Und wie steht es mit alternativen Antriebskonzepten? Für Brennstoffzellen entwickeln und produzieren wir technologisch anspruchsvolle Komponenten. Auch in unseren traditionellen Leistungsfeldern setzen wir immer wieder neue Maßstäbe. Inzwischen ist die dritte Generation unserer Metalllagenzylinderkopfdichtungen im Einsatz. In kompakten Downsizing-Motoren und in Systemen zur Abgasrückführung und Abgasnachbehandlung herrschen sehr hohe Temperaturen. Hier schützen unsere thermischen Abschirmsysteme hitzeempfindliche Komponenten zuverlässig. Im Motor, im Getriebe und an der Abgasanlage. Unser Ziel, immer zwei Schritte voraus sein. Wie wir das schaffen? Vielleicht liegt es daran, dass unsere Ingenieure und Mitarbeiter ein klein wenig anders ticken. Angetrieben von Perfektion und dem Anspruch nach dem Besseren. Dadurch erkennen wir Trends früher und bringen neue Entwicklungen schneller in den Markt. Mit 24 Standorten weltweit und mit der Leistungskraft von über 4000 Mitarbeitern sind wir genau da, wo wir gebraucht werden. Bei unseren Kunden. Und was macht unseren Erfolg so nachhaltig? Wir sind wirtschaftlich unabhängig. Mit der Freiheit das zu tun, was wir am besten können. Aus Erfahrung werden wir weiter wachsen. Dynamisch, solide, langfristig. Damit man Freiheit auch in Zukunft individuell erfahren kann. Mit dem Automobil. L-Ring Klinger. Mobilität erfahren, Zukunft entwickeln.